... Haben Sie keine aktuelleren Fotos? Nee. Milch? Nee, danke. Auf dem Bild wirken Sie beide sehr... ...vertraut. Sehr innig. Ja. Nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Naja, Kinder können solchen... ...lebens... Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt mal ganz mal vorne. Es ist so... Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann. Und dass ich einfach mich in New York wahnsinnig wohl gefühlt hab und... Ich weiß nicht... Ich brauch das irgendwie jetzt nochmal... ... Untertitelung des ZDF, 2020